Jetzt bevor ich ein wenig laufen gehe. Nicht allzu lange. Weiter vorne sind ein paar Tauben. Hier oben sind drei Möven. Also drei Tauben habe ich hier vorne gesehen. Hier oben sind drei Möven. Wir sind jetzt noch ein wenig weit weg, aber ich finde sie noch nicht mehr. Das könnte ein Falk und ein Rabe sein. Und dann ist es ein ganz kleiner Falk oder ein junger Falk. Und das sind zwei Rabe, die ihr Palzverhalten zeigen. Also ich würde jetzt eher meinen, dass das hier ein Falk ist. Vielleicht habe ich Glück und er kommt ganz weit nahe. Über irgendein Grund smile ich gerade den Falken. Vielleicht habe ich gerade das Gefühl, dass es ähnlich ist wie beim Menschen. Es meint man ihn an, den Kunden nicht nahe. Das habe ich sehr... ...eine Möven überlegt. ... 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